Was schlägst du vor? Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Ja, das ist nicht ganz richtig im Kopf. Was ist denn das denn, Hampelmann? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe, bitte. Die Commander am Leben, Connor. Vielleicht wissen Sie etwas. Ich bin ein wenig Hilfe, bitte. Ich bin ein wenig Hilfe, bitte. Das war's für heute. Das war's für heute. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Geh! 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 Los. Fahr zur Hölle. Ich sag dir los. Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann, kommt mit. Na dann, kommt mit. Na dann, kommt mit. Na dann, kommt mit. Na dann. Na dann, kommt mit. Nämlich. Na dann. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen Sie die Rebellen verjagen. Wann fangen Sie an? In genau zwei Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Was? Mechanische Schmiede arbeiten in allen Formen und Größen. Und Partner bringt modernste Schmiedetechnik nach Amerika. Besonderes. Besonderes. Schś liberties. Ich bin OMG und revier. Allgemeinen. Vielen Dank.